Eine Minute vorher? Machen Sie auch eine Maschine an oder so? Krass, das ist spannend. Eine Minute. Das ist interessant, jetzt wird es richtig leise, gell? Das ist so scheiße spannend, ich fasse es unbedingt. Ich bleibe jetzt auf der Aufnahme drauf. Wie viel? Ein bisschen über 30. Passt schon, ich nehme eh auf. Okay. Okay, let's just go for auto sequence start. 26. Jetzt ist es gut. 21. 24. 20. Wir haben so eine geile Stimme. Reg dich nicht so auf, Junge. Ja. Alter Schwere! Jetzt muss der Schall kommen, oder? Jetzt muss irgendwann einmal der Schall kommen. ...discovery flying 365 miles per hour, 1.5 miles in altitude, 7 miles downrange from the Kennedy Space Center. Discovery's engines are throttling down as the orbiter passes through the area of maximum pressure on the vehicle. Jetzt kommt der Schall. ...discovery, go and throttle up. ...discovery, go and throttle up. ...discovery, go and throttle up. Die Luft-Off, die Fully-Fueled Shuttle boosters und External Tank weighed 4.5 Millionen Pounds. Die Total Thrust at Launch war 6.425.000 Pounds. All systems continue to function well. Three good main engines, three good power-generating fuel cells, and three good auxiliary power units for the hydraulic system. We will now stand by for burnout and separation of the solid rocket boosters. Combined, the twin boosters provide 5.3 million Pounds of thrust to propel the orbiter towards space. Discovery now flying 3,600 miles per hour, 32 miles in altitude, 43 miles downrange from the Kennedy Space Center. Abgesprengt? Ja. Ja, kann nicht nur fokussieren auf die Distanz. Ich sehe jetzt nur noch einen Lichtpunkt. Discovery, two engines down. Okay. See? Ja. We're out. We're out. Discovery can reach a trans-oceanic abortant landing in the event of a single engine failure. However, all three main engines are still operating well. Discovery now flying at 4,300 miles per hour, 48 miles in altitude, and 83 miles downrange from the Kennedy Space Center. no matter what the world's running out. Yeah. Er kann nicht nur fokussieren. Das ist jetzt schon ein kurzer, und das nachleuchten von der Wolke ist so schön. Ich muss das, ich muss den Zoom auf Wide machen. Now 3 minutes and 37 seconds into the flight, Discovery continuing on its path to orbit, flying at 5,000 miles per hour, 56 miles in altitude, and 127 miles downrange. Discovery, negative return. Discovery, negative return. Discovery is now flying too high and too fast to return to the Air Force Space Center in the event of an engine failure. 4 minutes and 15 seconds into the flight, Discovery flying at 6,000 miles per hour, 62 miles in altitude, and 177 miles downrange. Sure. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das war's.